Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Fingerhins! Mach wohl bei der Familie! War er ein Muslim? Bitte? Wich die Fingerabdrücke der beiden angeklagt? Stell dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt. Und Nuri hätte überlebt. Der hätte das ganze Geplänkel nicht mitgemacht. Die wären ihre Strafe krank. Das schwöre ich dir. Oh Gott! Nuri!